Ja, ist ja klar. Alles gut. Den habe ich extra für dich. Nein, nein, nein. White Limited, die dich doch nicht. Ist denn besser? Okay. Beim nächsten Spiel habe ich die hier. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Almanya gegen den SV Rödinghausen. Turbulent, trotzdem schön für den Gastgeber. Ich begrüße bei mir beide Trainer, Carsten Rumpf für unsere Gäste aus Rödinghausen, Helge Hohl für die Almanya und bitte den Gästetrainer direkt um seinen Kommentar zu und nach diesem Spiel. Bitteschön. So, können wir mich gut hören? Ja, also erstmal hallo, sorry für die Verspätung, aber die Jungs haben draußen noch ein paar Läufe gemacht. Glückwunsch an Aachen für den Sieg. Ich glaube aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht sogar leicht verdient, weil ich hatte schon den Eindruck, dass ihr in der zweiten Halbzeit die Mehrzahl an Torchchans natürlich auch hattet. Ich fand uns in der ersten Halbzeit wirklich nahezu überragend, muss ich wirklich sagen. Wir legen uns da natürlich in einer Phase, wo es richtig gut läuft, das Ding hinten selber rein. Da steht es 1-1. Trotzdem haben wir es im Ballbesitz richtig gut gemacht im Anlaufen. Ja, war sehr, sehr gut. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit uns besprochen und wollen einfach so weitermachen. Helge hat da ein bisschen was verändert. Damit hatten wir Probleme. Aachen griffiger in den Zweikämpfen, besser als wir. Haben die 50-50-Dinger dann auch gewonnen. Mutig im Ballbesitz. Kam dann gut überaus und dann auch durch. Und auch das zweite Gegentor ist, glaube ich, auch maximal vermeidbar. Auch aus unserer Sicht. Trotzdem ein gutes Umschalten auch von Aachen. Helge und ich, wir haben eben schon gesprochen. Es war halt einfach ein schönes Spiel. Ich glaube für die Zuschauer richtig, richtig geil. Für uns ist es halt einfach bitter, dass wir jetzt mit Nullpunkten nach Hause fahren. Aber wir müssen uns an der ersten Halbzeit festhalten. Wenn wir so über 90 Minuten spielen, haben wir schon noch mal Chancen, irgendwann mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Von daher, ja, ich drücke euch die Daumen. Ihr habt es natürlich jetzt super gemacht in den letzten Wochen. Ihr seid jetzt auch verdient da oben dabei. Und ja, ich bin mal gespannt. In der Liga ist es ja mega eng. Es ist egal, ob du auf Platz 3, 4 oder 15 bist. Das ist alles irgendwie nicht schlecht. Von daher, ja, gucken wir von Woche zu Woche euch. Schönes Wochenende. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Helge Hohl, bitte. Ja, hallo auch von mir in die Runde. Erstmal, Carsten. Vielen Dank für die netten Worte. Ich kann mich vielen Dingen nur anschließen. Erstmal eine Sache vorweg. Vielen, vielen Dank an alle Zuschauer. Wirklich überragend, was hier aktuell abgeht. 11.700 Zuschauer bei so einem Spiel. Wahnsinn. Und ich glaube, das hat uns auch gerade in der zweiten Halbzeit wieder getragen. Ich bin ja ein Trainer oder wir auch im Trainerteam gehen ja gefühlt jede Woche aktuell all in. Wir spielen immer wieder neue Grundordnungen, bringen immer wieder neues Personal, verändern relativ viel. Die Jungs haben das sehr, sehr gut aufgenommen immer. Und heute muss ich sagen, dass die erste Halbzeit auf meine Kappe geht. Wir hatten einen Plan, der nicht aufgegangen ist. Wir haben wenig Zugriff bekommen in der ersten Halbzeit, konnten nicht so hoch anlaufen. Rödinghausen hat das überragend gemacht, hat sich immer wieder aus dem Druck befreit. Und dementsprechend waren wir froh, dass wir dann auch mit einem 1-1 in die Pause gegangen sind. Weil wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn wir in der ersten Halbzeit zurückliegen. Das war keine gute erste Halbzeit und auch weit weg von dem, wie wir Fußball spielen wollen. Natürlich, man nimmt sich immer was vor, man hat einen Plan. Letzte Woche ist es im Anlaufen sehr, sehr gut aufgegangen. Da hatten wir direkt Zugriff, heute nicht. Wie gesagt, dafür übernehme ich die Verantwortung. Und dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit nochmal gesammelt. Ich habe den Jungs auch gesagt, das Gute ist, es geht bei 0-0 oder 1-1 wieder los. Die erste Halbzeit hat keinen Stellenwert mehr, haben dann ein paar Dinge umgestellt. Und in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, ersten 30 Minuten Gänsehaut. Das war wirklich richtig, richtig gut. Im Spiel gegen den Ball wieder früh gepresst, guten Zugriff bekommen. Diesmal die direkten Duelle gewonnen, was wir in der ersten Halbzeit nicht hatten. Und dann haben wir vor allem auch vorne richtig gut kombiniert. Natürlich hatten wir so im Spielaufbau nicht alles fußballerisch lösen können, weil Rödinghausen uns auch früh angelaufen hat. Aber immer als wir dann auch die erste oder zweite Linie vom Gegner überspielt haben, haben wir uns schon sehr, sehr gut kombiniert. Und letztlich mit dem 2-1, muss man sagen, auch durch die Fans, haben wir ein bisschen überpaced. Wir haben ja eigentlich nur noch versucht, einen Angriff nach dem nächsten zu spielen. Und dann muss man sagen, die letzten zehn Minuten ist der eine oder andere uns weggebrochen, auch konditionell. Wir hatten nicht mehr so die Körner, diese Intensität zu gehen. Und in der Phase, auch wenn Rödinghausen jetzt nicht die riesen Chancen hatte, war das schon nochmal so eine enge Kiste. Und dann einfach Wahnsinn, dass Mause, der eigentlich klinisch tot war, dann noch da das 3-1 macht. Also wirklich überragend, was aktuell abgeht. Nichtsdestotrotz, ich bin jemand immer sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, das Spiel hätte heute auch in eine andere Richtung gehen können, wenn in der ersten Halbzeit wir vielleicht mit einem Rückstand in die Pause gehen. Dementsprechend wissen wir, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen. Und auch an der einen oder anderen Stellschraube auch für die nächste Woche wieder drehen müssen. Ansonsten, Carsten, euch auch alles Gute. Ich kann das nur nochmal betonen, gerade erste Halbzeit mit das Beste, was ich dieses Jahr am Tivoli gesehen habe. Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr auch weiterhin oben mit dabei bleibt. Und auch dir persönlich alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Fragen an die Trainer. Christoph Pauli hat schon gebunden. Kriegt auch das Mikro, bitteschön. Dankeschön. Frage an Helge Hohl. Als Trainer wechselt man ja wahrscheinlich nicht gerne freiwillig einen Spieler schon nach einer halben Stunde aus. Willst du jetzt im Nachhinein sagen, dass der Wechsel und damit die verbundene taktische Umstellung letztlich ein bisschen der Schlüssel war zum Sieg oder zumindest um mehr Zugriff zu erlangen? Ja, wie gesagt, das hat natürlich nie was mit dem Spieler persönlich zu tun. In dem Fall war es einfach eine Systemumstellung. Wir haben auf Viererkette umgestellt und wollten dann mit Willi, der ja in den letzten Spielen Innenverteidiger gespielt hat, nicht noch einen zusätzlichen Spieler auf einer ungewohnten Position spielen lassen. Zusätzlich dann eine Innenverteidigung, die so noch nicht zusammengespielt hat. Deshalb haben wir uns für einen frühzeitigen Wechsel entschieden. Ich glaube schon, dass wir mit der Viererkette deutlich besseren Zugriff hatten. Und wie gesagt, ich bin Trainer. Am Ende muss ich die Verantwortung übernehmen, wenn es läuft, wenn es nicht läuft. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass wir keinen Zugriff hatten. Und dementsprechend war es auch für mich keine Option, jetzt bis zur Pause zu warten, weil manchmal ist dann ein Spiel schon gelaufen. Und dementsprechend auch da volles Risiko, haben den Wechsel gemacht. Und klar, am Ende jetzt mit dem 3-1 ist es aufgegangen. Kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Aber ich bin der Meinung, es hat funktioniert. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir alle zufrieden. Dann vielen Dank euch allen. Guten Heimweg. Unseren Gästen gute Heimreise. Alles Gute für die Rest-Saison. Und wir sehen uns wieder am 19.11. hier am Tivoli Kahnmarienborn zu Gast. Tschüss. Schönes Wochenende und vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.